Hallo und herzlich willkommen. Nach langer Durststrecke habe ich euch mal wieder was Kleines mitgebracht. So, hier erstmal die Windows XP Packung. Warum? Einfach nur mal einen Größenvergleich zu haben. Nimmt man sie weg, sind die Windows 7 Packung nur halb so groß. Wir nähern uns weiter. Die Windows 8 Packung deutlich kurzer, aber immer noch viel, viel größer als die Windows 10 Packung. Was das Geheimnis ist, ist natürlich kein Datenträger mehr drin. Früher hatten wir Disketten oder CDs, heute haben wir nur ein USB-Stick. Falls jemand sich wundert, warum die Windows 10 Version Familie heißt und nicht Home, ganz einfach, ich habe eine französische Packung. Auf der Deckseite haben wir schlicht und ergreifend ein Windows-Fenster, leicht schräg gesetzt, wie das Windows-Logo heute ja ist, die Edition und das ist von Microsoft kommt mit den lustigen vier Kacheln. An der Seite wieder einfach nur die Version, diesmal das Windows-Logo in weiß. Auf der Rückseite findet sich nicht wahnsinnig viel Information, vielleicht liegt es auch daran, dass es französisch ist und ich absolut kein blassen Schimmer habe, was es heißt. Aber oben ist angegeben, dass USB 3.0 ist, dass die Edition Familie ist, also Home. Und es sind immerhin ein paar Funktionen aufgemacht, bei meinen schlechten Sprachkenntnissen, Edge wird erwähnt, der Windows-Store wird erwähnt. Und wir haben auch OneDrive bei, juhu. Ja, ferner soll ich diese Packung in den grünen Punkt werfen, nicht wegwerfen, das steht wahrscheinlich auf den Stick. Und Hurra, es ist CE geprüft. Ansonsten soll ich mich halt an Dabeln wenden. Auf der Unterseite finden wir die Systemanforderungen, die haben sich seit Windows Vista kaum verändert. Ein 1 GHz Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher und 20 GB Festplattenspeicher. Klingt alles irgendwie so, als wenn es gar nicht viel wäre und nicht mehr mit unglaublich alten Computern mitarbeiten könnten. Kommt wahrscheinlich nicht richtig so hin. Die meisten Prozessoren unterstützen auch gar nicht mehr Windows 10. Wir hatten irgendwann mal ein paar Features eingeführt. Ich kann sie jetzt auch nicht mehr auswendig. Aber nebbenfalls auf dem Pentium 3 1 GHz würde es zumindest überhaupt nicht mehr laufen, weil der diverse Technik nicht mehr kann. Auch die erste Charge der 64-Bit-Prozessoren können die 64-Bit-Ausgabe auch nicht mehr benutzen. Alles geht so weg. Oh, oben ist das Echtheitszertifikat. Und ja, da steht nochmal, welche Edition man hat. 32, 64-Bit ist immer Standard bei Windows 10, bei den Retailpacken. Es gibt auch keine Update-Version mehr. Es ist immer die Vollversion. Es ist also egal, was bisher auf dem PC war oder ist. Einfach nur, weil sie sich auch immer weniger verkauft haben, weil eine OEM- oder System-Bilder-Lizenz unglaublich viel günstiger ist. Man kann, glaube ich, Stand jetzt immer noch mit Windows 7 oder Windows 8 kurz ein Windows 10 installieren. Machen wir die Packung auf, haben wir eine Innenpackung. Klappen wir die auf, finden wir hier eine Karte mit den Installationsschlüsseln. Das kennt man schon von Windows 8. Ich drehe sie mal nicht um, dann habe ich mehr von meinen Installationen. Gott sei Dank lässt sich der französische Key auch auf einer ganz normalen, deutschen, englischen oder sonst was Sprachversion installieren. Dann haben wir was zum Ausklappen. Wir sehen den Desktop von Corrigy Boudouin. Ja, sieht Windows 10 heute nicht mehr ganz so ähnlich, weil man hat wieder alles irgendwo anders hingeschoben, weil wir sind ja ein laufendes Betriebssystem-Update. Naja, da wird die gute Corrigy Boudouin auch schon einiges zu tun gehabt haben. Ja, der Standard-Hintergrund, ein bisschen ausgeschnitten, ist ganz nett. Und unter diesem ganzen Kram finden wir, also das ist auch erstmal die gesamte Anleitung, die ganze Dokumentation. Ein Willkommen und in vier Schritten das Installieren, USB-Stick einstecken, wahrscheinlich booten mit dem Stick, den Produkt-Key eingeben und am Ende fröhlich noch die Lizenze abnicken. Und hier sehen wir den USB-Stick und der ist wahrlich nicht groß. Ich kann mal rausnehmen. Es ist einfach nur so ein Stift hier hinten, selbst so ein kompakter USB-Stick ist nochmal ein Tick größer. Und das Blaue ist nicht da, wo man es reinsteckt, sondern das ist einfach das Ende. Unter diesem Aufkleber befindet sich die Kontaktfläche von USB. Sie muss man den Aufkleber hier halb abreißend zurückschieben, damit man es in einen blöden USB-Schacht kriegt. Am Ende hat man dann einen 8 GB USB-Stick, wo schon in diesem Fall eine völlig bealtete französische Windows 10 Version von 2016 drauf ist. Ich habe nicht gemerkt, dass der schreibgeschützt wäre oder so, also von daher könnte man ihn formatieren und einfach was anderes drauf machen. Wie zum Beispiel eine aktuelle, wenn die nicht gerade wieder gestoppt, zurückgezogen oder sonst was wäre, Windows 10 Version. Ja, vielleicht sogar in Deutsch oder Englisch oder was weiß ich. Auf jeden Fall ein Teil, das man gerne mal verlieren könnte. Und das war es auch schon. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Oh doch! Doch, noch mehr Papier. Nämlich den Produktguide. Ich ahne schon Böses. Es fehlt mir ein Stück blaues Papier hinterher. Das Produkthandbuch. Lesen Sie das Handbuch durch. Sie finden darin wichtige Sicherheits- und Gesundheitsinformationen, die für das ihnen gekaufte Microsoft-Versuch gelten. Ey, das ist so auf Deutsch. Irgendwo unter den 4899 Sprachen. Ja, wir sollen den blöden Stick nicht in den Müll werfen, steht hier vor allen Dingen. Ein wertvoller Tipp U. Und Kinder unter 3 sollen Windows 10 nicht mehr installieren, da sie Kleinteile verschlucken könnten und, ja, daran ersticken. Das ist irgendwie total gemein. Ja, da sagt man immer, Windows wäre so super leicht. Naja, für die Packung gilt es. Für das Installieren von kleinen Kindern eher nicht mehr. Und damit bestimmt bis zum irgendwann nächsten Windows.